gegen Belgien wir freuen uns auf diese Begegnung Wolf das verspricht Menge Spannung und jetzt ein Schuss oh da können sie sich bei ihm bedanken was für ein Hechtsprung da zeigt er sein ganzes Können oh das war gefährlich keine Frage Ecke kommt in 16er aufgepasst von Courtois da geht er mit den Fäusten hin nächste Ecke jetzt Ecke kommt in die Mitte unnötiger Ballverlust auf ihn sollten wir heute besonders achten gerade wenn es um den Spielaufbau geht wird er hier heute gefordert sein da kann er seine Stärken ausspielen Giorginio Wijnaldum gut wie er den Ball abblockt oder Eden Hazard Kastanje gutes Anspiel Platz für Carrasco jetzt zieht er in die Mitte was für eine unglaubliche Parade Wolf eine Riesenszene fantastischer Reflex den habe ich schon dringend gesehen kurze Ecke jetzt Flanke von Eden Hazard da sind sie immer noch sehr gefährlich Achtung jetzt Klasse wie er dahin geht Ballverlust der Niederländer und jetzt Lukaku Hans Van Acken da ist die Flanke das sah vielversprechend aus aber nur Ballverlust Daniel Malin guter Pass jetzt das ist Abseits und wir müssen schon sagen ein vermeidbares Abseits ja das haben sie sich selber eingebrockt da müssen sie natürlich warten bevor sie den Ball spielen Steil Pass kommt der Jong war das Ball kommt vor Pfosten geht der Ball ins Haus da hat nicht die gefehlt am Ende war es einfach Pech oh die Eden Hazard Hazard ist da nun Hazard Daniel Malin könnte gefährlich werden guter Steil Pass spielt den Ball in den freien Raum ja es gibt Abseitssituationen über die kann man diskutieren aber über die hier definitiv nicht E.Wolf ganz klar das hat jeder gesehen müssen sie abparken und es weiter versuchen da geht er gut in den Zweikampf ja da ist er zur Stelle Ballgewinn den Ball holt er gut verteidigt das wird Einwurf geben nach diesem Pass der natürlich etwas zu ungenau war ich glaube für diese Aktion sieht er gelb für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte ja und das geht wohl auch in Ordnung so Flanke kam gut aber Van Dijk ist da eigentlich eine gute Spielverlagerung aber der Pass ist nicht präzise genug das wird Einwurf geben macht er gut hier ja starker Pass stark gemacht er holt sich vorne den Ball so jetzt ist erstmal Pause steht hier noch 0 zu 0 ich bin gespannt ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte nochmal mehr ins Risiko geht er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt wie siehst du das bisher tut er sich noch schwer kommt nicht rein Holland mit dem Anstoß schauen wir mal was im zweiten Durchgang noch so passiert Berghuis schöner Pass jetzt aber da machen sie doch nichts aus diesem Stein Kopfballen nebens Tor war eigentlich kein schlechter Versuch Karasco super Einsatz da kann er ihn stoppen Ballverlust durch die Niederlande nun die Bräune und gibt es jetzt die Führung gibt hier eine Ecke könnte gefährlich werden eine kurze Ecke Hassan mit der Flanke Van Dijk ist zur Stelle bei dieser Flanke De Jong kein guter Pass weg ist der Ball de Bräune zieht vorbei da muss er hin und holt sich den Ball könnte den Konter geben Steven Berghuis sie können jetzt flanken Alderweireld klärt jetzt die Niederländer da verlieren sie den Ball da wäre mehr drin gewesen Kastaini Van Aken Lukaku setzt sich durch Balleroberung ja da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis Schlecht verteidigt der geht vorbei und nun ein Schuss der wäre gut gekommen aber der Schuss wird abgebrochen so Konterchance vielleicht jetzt Szene immer noch gefährlich super Konter aber am Ende doch kein Tor aber eine herrliche Szene die sie da gezeigt haben was für ein Tempo eine schöne Aktion es gibt einen Wechsel Tartongen hat er kaum Platz Carrasco nun Lukaku Romelu Lukaku jetzt nimmt er es alleine mit allen auf da gibt er Elfmeter und jetzt könnten sie in Rückstand geraten ja das hat er nicht gut gemacht keine gute Zweikampfführung da verursacht er einen Elfmeter aber hat trotzdem Glück Buschi ja denn er darf weiterspielen es gibt nicht mal gelb das ist schon eine Überraschung und hier sehen wir jetzt den Wechsel weiter gefährlich nach dieser Parade die Chance lebt noch da passt er auf und hat den Ball schaffen sie hier noch den Sieg die Fans glauben das nur noch der Torwart vor sich ja der Ballgewinn war wichtig da hätten sie was draus machen können und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen die Niederlander versuchen es nochmal kurz vor Ende der Begegnung weiter Station entschieden was ist hier jetzt noch drin nicht drin das wäre der späte Rückstand gewesen aber gut dicht gemacht tolle Aktion Ecke für die Niederlande geklärt von Vertongen da hobert er vorne den Ball viel vorwärtsdrang jetzt jetzt die Hereingabe Kurt Weiheld Ball ist noch im Spiel Ball geklärt das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen gutes frühes Stören die Partie neigt sich dem Ende entgegen zwei Minuten sind es noch Hans Van Acken Gretchen kommt aber Lukaku da können sie sich bei ihm bedanken was für ein Hechtsprung da zeigt er sein ganzes Können oh das war gefährlich keine Frage Ecke der Bräune Kopfball neben das Tor war eigentlich kein schlechter Versuch kein Sieger nach 90 Minuten unentschieden ein ein das war